Wir brauchen vertrauensschaffendes Content-Marketing. Also, wer da keine Westlinge in Augen kriegt, weiß ich auch nicht mehr. Was, wenn wir anfangen, unseren Content ganz selbstbewusst als wertvolles Produkt unseres Unternehmens zu sehen? Print kann super funktionieren und ich kann es auch zu einem direkten Marketing und einem messbaren Marketing-Erfolg auch werden lassen, wenn ich die Brücke zum Digitalen schaffe. Stellen wir alles ein? Suchen uns einen Job? Oder machen wir die Vorbacken zusammen und machen was ganz Neues? Herzlichen Dank fürs Dabeisein ans beste Publikum. Wir freuen uns aufs nächste Mal.